Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 24. September 2021. Seit kurzem taucht auf der Straße immer öfter liegen gelassene Ratatouille auf. Es wurde bereits zum 18. Mal verlorene Ratatouille zur Polizei zurückgebracht. Wenn auch ihr fündig werdet, berichtet den Vorfall bitte auf euren örtlichen Polizeiregien. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr wollt mich auf den Augen legen, oder? Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Krasomat Kids Kindergarten. Der 24. September war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.